Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla und wir müssen ein paar Meter, um genau zu sein, 1300, deswegen schnappen wir uns hier vorne unser Boot und machen, dass wir hier wegkommen auf die Schnelle und zwar zu den 1300 Meter. Da müssen wir uns mit Somas Clans sammeln und ich wette, wir haben die falsche Entscheidung getroffen und dem Falschen ausgeliefert, sag ich mal. Und dadurch haben wir jetzt das Problem sehr wahrscheinlich, so meine Vermutung, dass wir verkacken werden, weil wir verraten worden sind wahrscheinlich. So, mein Tipp! Die Frage ist natürlich, werden wir's rausfinden? Ah, wir werden sehen, wir werden sehen, Freunde. Okay, das Boot steht falsch, kommt das nicht so gut. Andere Richtung. So. Und dann so. Wollte ich schon sagen, 539 Meter, das ist aber noch was hinter, ne? Und dann so. Können wir hier Säge setzen? Nein, können wir noch nicht. Jetzt kommen wir uns gleich. Hier müssen wir an die Ruder. Hallo, ich will zu Geschichten wechseln. Let's go, Freunde. Hä, ich will doch hier gar nicht dingsen. Später vielleicht, aber nicht jetzt. So, kann er weiter Geschichten erzählen, bitte? Das Wetter hier ist ganz schön scheiße. So, wir treffen uns erst mal hier schnell. Da wird's leider schon. Let's go. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns wegen uns Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Hm, meine Leute sind schon unterwegs. Aber meine Leute sind falsch unterwegs, kann das sein? Schade. So, wie kommen wir hier am besten hoch? Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Ich werde ihn bei lebendigem Leibe häuten. So. So. Weiter geht's. Okay. Hey, che Yupon. Vielleicht die Lautour. Probably have you here. What are you driving? Herald haifter. Ludwille. We all will. Who are you having me harm? Hey. Er verbrennt langsam. 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 Er verbrenntmanuel. Er verbrennt Nigel. Es sind gleich zwei so Typen, okay? Können wir hier vielleicht erstmal abhauen? Hier vorne war doch das Lager, oder? Wo wir hin zurück müssen, jetzt goh, Freunde. Da sind wir wieder. War das hier los? Der war's also. Und hier ist nur Platz für einen. Der Gipfel ist mein, Jaskunach. Granterbrück ist mein. Du verfluchte Ratte, Galen. Du warst es. Du hast dieses sächsische Ungeziefer in unsere Stadt gelassen. Du hast uns verraten. Es war doch vorherbestimmt. Wie der Lauf der Sonne. Der Flug der Vögel. Du Feigling. Jemand Unschuldiges ist an deiner Stadt gestorben. Du richtest ein Blutbad an und benutzt deine Geschwister als Schild? Du hast mit dem Leben deiner Nächsten gespielt. Kein Fluss aus Blut ist tief genug, um mich von meinem Schicksal fernzuhalten. Es fehlt nur noch die letzte Strophe dieses Liedes. Es ist mein Schicksal zu sterben. Ihr alle. Für alle kommt der eine Tag. Okay. Oh. Fuck. Ihr könnt die Götter nicht täuschen. Ihr könnt das Schicksal nicht ändern. Schicksal? Wenn du in ein Wespennest trittst, dann ist es nicht Schicksal, das dich sticht. Was machen die hier? Ich habe halt keine Pfeile eigentlich. Ich habe doch nichts an Schicksal. Hinfort von meinem Gipfel. Halte nicht fest an etwas, das dir nicht zuschlägt. Oh. Ihr Scheiß. Ah. Schicksal aus. Ja, ich treff den von hier nicht. Scheiße auf deine Hirngespinste. Jetzt habe ich ihn getroffen. Was? Ich fand dich nackt und wahnsinnig im Sumpf und nahm dich in meine Familie auf. Ich habe dir vertraut. So. Let's go. Wie. Ein hoher Preis für so viel Niedertracht. Krass, dass der das war. Ich erklomme den Gipfel des Berges. Meines Schicksals. Deine Visionen brachten dich bis zum Berggipfel. Doch dort gibt es nur Platz für einen. Und ich bin es, die stehen bleibt. Hm. Bitte, Soma. Ich will im Schoße der Götter enden. Bitte. Ich bin im Schoße der. Der landet nicht nach, weil, hä? Upsi Nehmt ihr mich jetzt noch als Verbündete? Wo ich nicht genug recherchiert habe? Das ist die Frage, Freunde Die lebt Du lebst bei allen Göttern, Birna, du lebst Galen konnte mich nicht töten Das war nicht mein Schicksal Bringen wir diese Dränger zu den Langschiffen Wir segeln nach Hause Okay Also wir haben die ersten Verbündeten Aber nicht tödlich Das wird heilen Ich hätte wissen müssen, dass es Galen war Hätte ich meinem Bauchgefühl geglaubt Alles allein geregelt oder ihn früher enttarnt Hm Soma, vergib mir Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geurteilt Geht so, ne? Ich bin verantwortlich Wir haben die falsche Person gerichtet Eine furchtbare Wahrheit, die wie Asche schmeckt Ich gebe nicht dir die Schuld Hm Man kann die Menschen nur nach ihren Worten und Taten bewerten Und du wurdest von einem tollwütigen Hund in den Arsch gebissen Genau so fühle ich mich auch Wie fühlt sich das an? Danke, dass du das mit mir durchgestanden hast Meine Treue und meine Waffen stehen dir von nun an zur Seite Eivor vom Rabenclan Let's go Eines Tages brauche ich sie vielleicht Winkt die da gerade? Okay Okay, okay, okay Freunde Das war diese Quest für heute Wenn's euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn ihr nix verpassen wollt, ein Abo Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei Bis dann, haut rein Ciao